Musik Herzlich Willkommen im Universum! Wir bemalen mit einem Künstlerteam von Art und Antik diesen Club thematisch, das Universum neu gestalten. Und hier ist schon der erste Schlund, da zieht uns rein ins Universum. So, jetzt sind wir schon beim ersten Fein Baby, das ist schon aus dem Urschwein des Universums geboren. Es kann tanzen und ist glücklich. Hier sehen wir auch nochmal das Thema, Masters of the Universe. Musik So, hier sind wir dann schon bei Einzellern, Kreaturen, Fischen. Die ersten Lebewesen, das war ja erst im Meer. Und ich glaube, nach dieser Einreitung verliert sich dann vielleicht auch der entstehende Gedanke. Musik Hier an der Bar sehen wir, warum die Welt zugrunde gegangen ist. Es gab nur noch wildes Treiben Sodom und Gomorra, wie wir es hier sehen. Das hat dann ein Urknall herbeigeführt und damit wurde die Neugestaltung des Universums eingeleitet. Musik Die Neugestaltung wird natürlich von Gott begleitet. Gott ist auch live mit dabei. Er ist ein DJ und passt auf uns alle auf. Musik Der Laden sah hässlich aus. Das war nur funktional und wir wollten ihn gerne schön gestalten und habe die Künstler gefunden. Die haben es gemacht und ich bin mehr als begeistert und zufrieden. Wir sind auch begeistert, dass irgendein Club so frei ist und sich auf sowas einlässt. Man weiß ja vorher immer nicht, was genau rauskommt. Und Kunst, denke ich, ist immer was Experimentelles, wo man auch Mut braucht. Und umso glücklicher sind wir. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.